Bitcoin ist und bleibt übergeordnet mega bullisch unterwegs. Welche aktuelle primäre Erwartungen wir hier am Chart verfolgen, welche Levels jetzt diesbezüglich relevant werden und wie das Ganze natürlich auch bei Ethereum aussieht, schauen wir uns hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls das nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, Bitcoin notiert hier aktuell bei den 66.400 US-Dollar, ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden hier minimal im Minus. Ethereum hier bei den 3.790 US-Dollar, ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden hier roundabout auf 0 auf 0 Prozent, heißt hier keinerlei große Veränderungen, zumindest gesehen auf die letzten 24 Stunden Intraday natürlich dann schon ein bisschen mehr, werden wir aber gleich im Chart sehen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein auf dem Bitcoin-Chart, beginnen hier erstmal auf dem Daily Time. Grundsätzlich beide Optionen aus dem letzten Video nach wie vor möglich hier übergeordnet. Das, was hier aktuell auf dem Chart steht, ist unsere leicht favorisierte Erwartung, heißt ein 1.2 hier unten, jetzt aktuell noch in der grünen 3, da würden dann die Targets beginnen bei den 77.000 US-Dollar. Von dort aus dann natürlich nochmal eine 4 und eine 5, hier übergeordnet, um den großen Impuls hier dann eben zu vervollständigen. Untergeordnet teilen wir unsere grüne 3 nochmal im blauen Count, heißt 1, 2, 3 aktuell nach oben, zeitnah eine blaue Welle 4, um eben im letzten Higher High dann in Richtung 77.000 US-Dollar dann eben hochzukommen. Der Count ist deswegen unserer Sicht wahrscheinlicher, weil wir hier einfach jetzt im Endeffekt nur ein kleines Retracement in unsere blauen 4 erwarten und dann eben im Anschluss dann eben nochmal ein kleines Retracement in unsere grünen 4 erwarten. Heißt, dass wir hier den Retailern einfach keine große Möglichkeit mehr geben, hier wirklich sportportfolio-technisch aktiv zu werden. Deswegen würde der, oder ist, und dieser Account jetzt hier, der jetzt folgt, unser Secondary Account, der ist grundsätzlich schon mal bullischer, weil ihr seht, wir haben hier ein 1.2 drauf, zwei 1.2 drauf, drei 1.2 drauf und wir würden jetzt hier keine Wellen 4 Korrektur erwarten im Anschluss an diesen Impuls, sondern eben eine große Wellen 2 Korrektur hier in die Targets oder in die Bereiche beginnen bei den 41.600 US-Dollar mit Fokus sogar runter hier auf die 48.000 US-Dollar. Ist natürlich logisch, wenn wir jetzt hier runterkommen, dass dann auch die Retailer nochmal einkaufen würden. Wenn hier die Market Maker dem Ganzen hier keine Aufmerksamkeit schenken möchten, keine Möglichkeit mehr geben möchten, dass wir hier runterkommen, ist natürlich deshalb hier dieser Account einfach aktuell leicht unser Favorisierter, dass wir eben hier keine wirklich großen Rücksetzer mehr bekommen und in dem Effekt einfach hier in Richtung 77.000 marschieren, dann noch eine 4 und eine 5 ausbauen, um dann hier unseren großen ersten Impuls bei Bitcoin auszubauen. Bevor wir jetzt runtergehen auf den 4-Stunden-Timefilm und in die genauere Analyse einsteigen, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder eben auch Sportportfolio-Käufe tätigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, so sehen die Signale aus. Wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir, können die Trades nahe machen, müsst ihr das natürlich nicht. Wir traden auf Budget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch über den registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren und außerdem besteht bis zum 11. März hier noch ein Event, gilt sowohl für neue als auch Bestandskunden, die sich über unseren Empfehlungscode registriert haben. Einmal, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, erhaltet ihr nochmal 50 Dollar, heißt es wird verdoppelt und dann gibt es nochmal insgesamt 450 Dollar Boni, je nachdem natürlich wie viel ihr dann hier umsetzt, heißt es je nachdem wie viel ihr tradet bis zum 11. März, heißt es solltet ihr noch nicht angefangen haben, gerne das Ganze jetzt hier tun über unseren Link. Sonst habe ich in der News-Gruppe ebenso verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch in der Community interessiert oder unsere Trade-Igene oder auch Updates von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, gehen wir jetzt runter auf den 4-Stunden-Time-Film, beziehungsweise ganz kurz noch hier, vielleicht um das zusammenzufassen. Wir haben ja einmal die Option hier, wie ihr es im Chart sehen könnt, dann erwarten wir hier in diesem Move einen Impuls und dann eben eine blaue Wellen-4-Korrektur oder in unserem Secondary, der etwas bullischer ist, erwarten wir auch jetzt hier erstmal die Vollendung unseres Impulses und dann eben eine etwas größere Wellen-2-Korrektur, um das Ganze vielleicht hier einfach nochmal kurz festzuhalten. Gehen wir runter auf den 4-Stunden-Time-Film, gucken uns erstmal an, welche Optionen wir hier aktuell haben, diesen Impuls hier jetzt hier aktuell nach oben zu counten. Da sehen wir natürlich einmal, da müssen wir glaube ich sogar runter auf den Stunden-Time-Film, wenn wir jetzt hier einmal unseren Primary aktuell anmachen, sehen wir, dass wir hier einfach eben einen Impuls nach oben hier natürlich nochmal zählen, ein 1-2 hier unten, 3 nach oben, 4 im Triangle, das ist der Count aus dem letzten Video und jetzt hier eben diese letzte grüne Welle 5 nach oben hier bekommen. Haben hier auch unsere Bereiche aus dem letzten Video schön gehittet, 0618, da haben wir zwar rausgenommen, dann ging es aber hier direkt in Richtung unseres 1-2-1-Achures, das haben wir auch ganz schön gehittet, unser Alltime hat damit auch geholt und sind dann hier direkt abverkauft. Macht natürlich auch Sinn, denn einige Order waren natürlich hier jetzt, die sich über diesen Zeitraum von mehreren Monaten jetzt hier angesammelt haben, natürlich auf Sale, sage ich jetzt mal, über minimalen Alltime-High, deswegen war das zu erwarten, dass wir da jetzt erstmal hier einen kleinen Rücksetzer bekommen, wenn wir hier unser Alltime-High holen. Genauso ist es eigentlich im Endeffekt auch reingekommen und würden, wenn wir jetzt sagen, okay, der Impuls ist hier abgeschlossen, wäre unsere blaue 3 in dem Fall abgeschlossen, hätten eine W hier nach unten bekommen, eine X aktuell nach oben und würden jetzt in der Y eben nochmal in Richtung Lower-Low abverkaufen. Dieses Szenario aber nur spruchreif, wenn wir natürlich jetzt hier nicht unser High-High nochmal holen, dann, wie gesagt, WXY, unsere primäre Erwartung, hier in diesem Count nach unten raus, dann müssen wir aber jetzt ganz klar wirklich zeitnah abverkaufen, sonst sinken einfach die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich um diesen Count handelt. Sollte es sich jetzt jedoch um diesen Count handeln, heißt WXY, müssten wir jetzt zeitnah abverkaufen und dann würden wir hier die Targets beginnend einmal bei unserem gelben One-to-One-Nature bei den 57.700 anvisieren, bis runter auf unser gelbes 1, 2, 3, 6er in Kombi mit unserem großen blauen 0, 3, 8, 2er, genau, bei den 55.700, heißt 55.700 bis 57.500 für diesen Boden hier, dieser Bereich, den wir aktuell hier primär anfokussieren und dann müssen wir natürlich schauen, wenn wir jetzt sagen, okay, WXY jetzt hier nach unten, bekommt dann aber hier keinen Impuls nach oben in diesem Bereich, sondern kommt eben nur korrektiv nach oben, steigen dann natürlich wieder die Wahrscheinlichkeiten für unseren übergeordneten Secondary, dass wir in unsere große Wellen-2-Korrektur verfallen und nicht hier eben in diesem Bereich drehen. Aktuell, das hier aber, wie gesagt, unsere primäre Erwartung, dass wir hier in diesem blauen Wellen-4-Bereich unseren Boden finden werden. Sollte jedoch unsere blaue 3 noch nicht gefunden sein, heißt, wir kommen jetzt hier nochmal in Richtung High-High, handelt es sich unserer Meinung nach hier um folgenden Count. Dann zählen wir das Ganze untergeordnet ein bisschen anders, 1, 2, 3 eben bis zu unserem High, das war jetzt eine relativ kurze 4 und würden jetzt eben im Endeffekt noch ein letztes High-High in unserer orangenen 5 erwarten, um erst dann im Endeffekt unsere blaue 3 auszubauen. Beide Optionen sind aktuell leider gerade offen, da müssen wir uns einfach jetzt warten, bis wir die Daten vom Markt bekommen haben, denn grundsätzlich kann man das Ganze hier sowohl korrektiv als auch impulsiv nach oben zählen. Wenn wir das Ganze impulsiv zählen, würden wir jetzt eine 2 erwarten, eine 3, 4 und 5. oder gegebenenfalls sogar nur jetzt das High-High holen, dann wäre das Ganze eben hier dieser Secondary Count, den ich euch gerade gezeigt habe, dass wir jetzt eben noch ein weiteres High-High brauchen würden. Wenn wir jetzt hier unmittelbar abverkaufen sollten, was aktuell noch möglich ist, dann wie gesagt hier die Targets beginnen bei den 57.700 bis runter auf die 55.700 im Blick behalten. Sollten wir jetzt hier noch ein bisschen verweilen, gegebenenfalls sogar noch höher pushen, dann sieht es schon wirklich sehr danach aus und so sieht es auch aktuell aus, dass wir dann hier gegebenenfalls wirklich nochmal unser High-High erst holen müssen, um erst dann im Anschluss in unsere blaue Wellen-4-Korrektur hier bei Bitcoin zu verfallen. Heißt, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir erwarten in beiden Fällen jetzt eigentlich erstmal unsere Vollendung des Impulses. Egal in welchem Count es sich übergeordnet handelt, da gibt es jetzt einmal die Option Top hinterlegt, dann WXY jetzt nach unten. Müssen wir jetzt aber wirklich eigentlich im Laufe des Tages abverkaufen oder zumindest mal beginnen abzuverkaufen oder wir laufen jetzt hier weiter seitwärts, holen hier gegebenenfalls schon unser High-High, dann sieht es wirklich sehr danach aus, als hätten wir hier untergeordnet einen Impuls ausgebaut, dann würden wir nochmal ein letztes High-High erwarten. Heißt hier mindestens mal die 69.700 und der Bereich geht dann im Endeffekt aber auch hoch, hier bis zu den 76.700 US-Dollar, um spätestens dann aber eigentlich von dort aus unsere Wellen-4-Korrektur eben auszubauen. Genau, soviel eigentlich auch erstmal zu Bitcoin. Gehen wir da drüber in Ethereum. Auch hier das Ganze erstmal kurz auf dem Daily-Timeframe-Boden natürlich auch hier hinterlegt. Wir zählen ein Oranges 1, 2, 3 nach oben. Orangen 3 Mindest-Targets 4.682 US-Dollar, um von dort aus nochmal eine 4 und eine 5 in Orange zu erwarten. Sonst untergeordnet unsere Orangen 3 nochmal im blauen Count. Eine 1, eine 2 im Flat, eine 3 aktuell nach oben. Heißt wir erwarten hier ja eigentlich unmittelbar das Anlaufen von unseren 4.500 US-Dollar tatsächlich bei Ethereum, um dann eine 4 und eine 5 zu erwarten, um eben dann hier in unsere angesprochenen Targets hier oben in Orange dann eben hochzukommen. Wenn wir jetzt runtergehen auf den Stunden-Timeframe, sehen wir wieder das ganze blaue 3 hier nochmal unterteilen. Und zwar auch das nochmal in Orange. Scrollen wir ein bisschen hoch. Eine 1, 2 hier unten, eine relativ kurze 2 hoch in der 3. Gehen sogar davon aus, dass das jetzt hier bereits unsere Orange eine 4 war. Denn, ihr könnt es jetzt sehen, das war wirklich bei Ethereum extrem krass. Wir haben hier überhaupt kein Retracement reinbekommen. Und das ist wirklich das Einzige, wo wir sagen können, okay, da kann es sich jetzt hier um eine Welle 4 gehandelt haben. Da wir ja auch hier in unsere Bereiche ganz schön reingestochen sind. Und sind jetzt aktuell dementsprechend in unserer letzten Orangenwelle 5. Da wird es jetzt einfach sehr interessant, wie wir uns jetzt hier verhalten. Sagen wir, wir könnten uns vorstellen, unmittelbar hier in Richtung 4, 5 zu pushen. Kann aber auch genauso gut sein, dass wir jetzt bei Bitcoin hier nochmal ein bisschen abverkaufen, dass wir dann hier unsere, ja jetzt mal 2 der 5 ausbauen, dann hier nochmal eine 3, 4 und 5 nach oben bekommen in unsere angesprochenen 4.500 US-Torger-Targets. Das müssen wir jetzt einfach im Endeffekt gucken. Wir können natürlich mal ganz kurz hier nach unten raus die Bereiche reinladen, die relevant werden könnten. Und zwar beginnen die hier einmal beim 0,5er bei den 3.521, gehen runter bis zum Golden Pocket bei den 3.438 US-Torger. Bei Ethereum halten wir aber definitiv hier die Finger weg von Shorts, da es wirklich auch absolut gut möglich ist, dass wir jetzt hier direkt in Richtung 4, 5 pushen. Deswegen da in Shorts einzusteigen aus unserer Sicht sehr, sehr riskant. Ihr seht hier, wir sind ja seit unserem Low, ich glaube an der Spitze 60%, jetzt schon 80% sogar schon gepumpt. Und das war das einzige Retracement, was wir überhaupt irgendwie bekommen haben. Also da in Shorts einzusteigen, extrem, extrem riskant aus unserer Sicht. Wir positionieren uns, wenn überhaupt, dann auf der Long-Seite. Aber bei Ethereum da auch eher überhaupt, wenn wir das machen sollten, in unserer blauen Fiedern, die wir dann erst in ein paar Tagen und Wochen dann erwarten. Da halten wir euch aber dann sowieso natürlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe nochmal up-to-date. Heißt, bei Ethereum zusammengefasst die Bereiche nach unten raus, die ich euch gerade gezeigt habe im Blick behalten. Sonst eigentlich hier unmittelbar das Anlaufen der 4.500 US-Torger, was von unserem aktuellen Preis dann hier nochmal ein Anstieg von roundabout 18% eben bedeuten würde. Das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Kommi dalassen. Und sonst würde ich sagen, Trailer ist raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.